Weltweite Wirtschaftskonflikte scheinen sich anzubahnen. Die Staaten geben immer mehr aus für militärische Rüstung und die EU zahlt vor allem für die Abschottung vor Flüchtlingen und Migranten. Wird uns das den Frieden bringen? Ich bin hier in einem mittelalterlichen Städtchen im Herzen Umbriens in Italien. Hier hat vor etwa 800 Jahren ein junger Mann namens Francesco Bernadone, Franziskus von Assisi, begonnen einen Weg der Karriere zu suchen. Bei dieser Kirche hat sich Franziskus immer wieder zurückgezogen, um in der Stille auf die Stimme Gottes zu hören. Denn er wollte den Auftrag Gottes für sein Leben erspüren. Einmal hat er in der Kirche vor einem Kreuz gebetet und er hat gehört, wie Jesus zu ihm spricht, Franziskus, siehst du nicht meine Kirche, wie sie so zerfallen ist? Geh und baue sie wieder auf. Franziskus beginnt dann, diese Kirche zu renovieren. Er repariert auch andere Kirchengebäude, bis er dann draufkommt. Meine Aufgabe ist es nicht nur, Gebäude zu sanieren, sondern vor allem die Kirchengemeinschaft aufzubauen. Das heißt, Menschen zu motivieren, dass sie gemeinsam die Liebe zu den Feinden in die Welt bringen, so wie es Jesus getan hat. Er bringt dann eine Friedensbewegung ins Rollen, die international ist und bis heute andauert. Auch ich orientiere mich an Franziskus von Assisi. Ich wünsche uns, dass wir nicht von anderen erwarten, dass sie den Frieden in die Welt bringen, sondern dass wir bei uns selbst beginnen. Und ich denke, dabei wird dir und mir besonders helfen, wenn wir uns Zeit nehmen, im Gebet mit Jesus zu sprechen. Und deshalb möchte ich beten, Jesus, ich glaube, dass du mir eine Kraft der Liebe geben kannst wie niemand anderer. Ich bitte dich, mache mich und viele zum Werkzeug des Friedens. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!